Puh, drei Jahre Mann, ekelhafte Scheiße, aber gab ja Bitches, aber es ist ja rum und hat dir auch was gebracht, schön, Schuhe verkaufen und Bitches, geil, ja und Milfs, aber es ist ja so Basis und Ausbildung und so, ne, Bitches, kotze ab, Milfs, cheer, J-Dev, Mann, Ach, wie ist das fresh, dieser El-Bandi ist jetzt weg, nein, er hat sich nicht versteckt, Mann, er ist weg, er ist weg, ja und er kommt nie wieder, er starb an einem, wenn auch legendären, elendigen, dreijährigen Tod, er hat jeden Tag gebetet, dass der Tod ihn holt und froh war er dann, als er fuhr, wann es so weit ist, dennoch war das eine recht lange, lange Zeit, denn drei Jahre heißt, er muss lange, 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 lange arbeiten, aber die Zeiten waren harten, er hatte keine Wahl, also nahm er, was er gerade noch bekam und egal was, kam er einfach wieder für gemacht, hatte immer einen Plan parat, ans war ich da, aber Bandi, du kriegst heute die Fresse voll, das war dein letzter Tag, brauchst deine Sachen nicht packen, für dich geht es direkt im Sarg, werd auch schick im Anzug, heißt es Deckel drauf und ab ins Grab, jetzt sag mir mal, die verkackten Jahre, Schufterei, füllen Apfel und Eiber, die lohnt werden, nein, erzähl mir nix, weil ich ganz zeitnah dabei war und gepeilt hab, dass du scheitern wirst, also bleibt mir als dein Meister gar nichts anderes mehr übrig, als sich stundenlang zu prügeln und der Rest erübrigt sich, während ich dich Vogel mit dem Tod beflügel, die Zeit ist gekommen, Bandi, du hast endlich ausgedient, somit jeden Tritt und jede Fault auch verdient, er muss sich rumschlagen, die Kundschaft, sie machte ihn verrückt, aber ganz wie durch ein Wunder bekommt er heute alles zurück, eure Zeit ist gekommen, Bandi, ihr habt endlich ausgedient, somit jeden Tritt und jeden Fault schlag verdient, und er bleibt weg und er kommt nie wieder, niemals, niemand wird dich irgendwann mal wiedersehen, also auf nimmer wiedersehen, der Gewinner kann gehen und das bin ich, also tschüss, ich darf jetzt leben, tschüss, guten Tag, Sie kommen zurecht? Soll ich Ihnen den noch einen 39 holen? Ich hab hier noch so'n super Imprimierungsbrill, schönen Abend noch! Fickt euch!